In keinem Land der Erde sind die Menschen so glücklich wie in Dänemark. Das zumindest geht aus einem von Wissenschaftlern erstellten Index hervor, der das Glücksbefinden in aller Welt misst. Deutschland verbessert sich in der Untersuchung im Vergleich zum Vorjahr um 10 Plätze und liegt nun auf dem 16. Rang. Für die Studie wurden Daten aus mehr als 150 Ländern verglichen. Berücksichtigt wurden unter anderem Faktoren wie Einkommen, Gesundheit und Korruption. Schlusslichter des Weltglücksberichts sind das ostafrikanische Burundi und das Bürgerkriegsland Syrien. Die Rangliste war erstmals 2012 erstellt worden, im Auftrag der Vereinten Nationen.